Komm, bei der neuen Runde, die Kerle halten immer noch nicht die Klappe, weil sie ja nicht so, dass ich jetzt wieder anmoderiert habe. Oh, voll im Arsch. Drei, zwei, eins, rein da. Wieso stehen wir nicht? Hi Steini. Aber jetzt können wir nicht wieder raus. Einmal. Warum stellen, dass die Gegenstände sich gegenseitig sehen können, wo die sind, aber dann nicht den Jäger werden? Boah, das wäre zumindest schön, wenn man weiß. Ja, da hätte man mal ein bisschen mehr von und wüsste, wo die anderen sind, als Gegenstand. Das wäre dezentwitzig, ja. Das wäre dezentwitzig, ja. Oh, nee, da werdet ihr mich sofort finden. Mach gucken. Sofort, fertig. Hier ohne Ecke sitzt bestimmt wieder jemand. Also entweder versuch ich, oder ich bin, das wird ganz schnell gefunden. Ein fliegendes Bild. Ein fliegendes Bild. Scheiß auf Gravitationskraft. Das Huhn schreit. Das Buch. Das Buch. So. Sehr schön. Oh, Mensch. Das war nicht gut versteckt. Diesmal. Lohnt sich manchmal, neue Piersorien zu probieren. Hier ist auch irgendwas. So ein Hexer. Panik. Renn. Panik, Mann. Panik. Rennläufer, renn. Panik. Ein Buch. Die Hexe ins Bücherregal gehauen. Ich finde es so geil, wenn man einfach alles umwerft. Okay, da sind lieber mehr. Auch nicht unter dem Tisch. Ähm. Huhn, du hattest doch jetzt gerade irgendwo was. Geh mal da lang bei der Huhn. Ah, hier in der Ecke, okay. Ja, boah, Huhn, laufst du dir auch. Bücherregal? Vielleicht. Nee, da nix bis jetzt. Oh, hier schlägt's aus. Okay, ah. Das wäre noch eine gute Idee gewesen. Hier ist es hier, da hinten in der Ecke. Okay, da nix noch. Da hinten in der Ecke? Ja, da hinten irgendwo war's gerade. Yay. Warte mal, ich hab was gehört. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck, was wegschwebt. Was? Haben wir's? Oh fuck. Nein, jetzt noch nicht. Nein. Nein, nein, nein. Oh die. War das die Ecke hier? Ja, der PC fehlt noch. Wo ist er denn? Ich glaube, er ist mir egal. Danke, dass ihr die Frauen da vorne ganz vergessen. Also eigentlich nur noch PC sogar, bis jeder von der Ecke zeigt wird. Ah, bei mir, hinter mir irgendwo. Da muss da irgendwas in der Nähe sein. Auch in dem Eck. Mensch, der Fettzeug ist da geflogen. Was machst du da in der Dunkelkammer eigentlich? Äh, dunkeln? Tja, so ein überdurchschnittlicher Bürger, ne? Hier ist noch was bei mir auf jeden Fall. Was? Wo bist denn du? Was hat die dir getan? Alter, jetzt wirft er auch noch das Bild ab. Sag mal, da hat jemand... Ja, da hat er einen Huhn gemalt, ey. Jetzt geht's dir richtig... Ah, hier. Was denn? Da liegt doch irgendwo was. Hier, guck mal. Oh, was? Ein Huhn, ja, ich... Ich zeig dir was an. Irgendwo war was. Gerade weggeschwebt oder so. Ja, ich hab mich fersönisiert, denkst du vielleicht... Nein, das ist immer noch hier angezeigt. Hier schlägt das auch immer noch aus. Ja, sag mal. Randale. Ach, da liegt... Was macht denn da so ein... Ne, das Buch ist das nicht, schade. Was ist da hier? Ich war da drin und habe Randale jetzt, sorry. Irgendwas muss da hier sein. Nicht in der Dunkeln. Ja, ist doch noch was. Ich... Ey. Nein! Ist es immer noch hier? Die Klerz sind da gut versteckt, oder? 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 Das könnt ihr da irgendwo anders betreiben. Irgendwo bei Belfaris da unten ist. Oder obendrauf. Da auch nicht? Gut, die zwei gehen... Nein, es ist unten. Oben schlägt zu, nicht aus. Es muss hier irgendwo unten sein. Jetzt muss es auch noch unten sein. Jetzt ist es am Boden. Hier, ne? Ist ja nicht krank. Krank sowas. Hier nicht. Ne, jetzt ist es da auch nicht mehr. Ne, hier ist nichts mehr. Ich bin vom Erdboden verschluckt. Auch nicht. Welche Funden? Verschluckt, versteht ihr? Er ist was Essbares. Hier, hier unten, hier unten. Zeigts was an. Oder oben. Ja, oder oben. Aber auf jeden Fall schnell, schnell. Alles... Alles, 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 alles. Mann, ey. Nein. Was seid ihr denn? Hallo, hallo. Da ist er nicht mehr. Hallo. Das Huhn schlägt immer raus. Mann, Mann. Wenn ich gar nicht vor eurer Nase rumgebekommen habe, habe ich ja gar nicht gesehen. Simone, 23 Misses. Ich bin einmal irgendwie vor irgendeinem Gesicht gegen das Huhn gerollt, was jemand gebrochen hat. Und das wurde nicht bemerkt, ey. Kannst du mal das Licht hier bei mir bitte anmachen? Mir ging ein Licht auf. Oh Gott, ist das gelb. Ich muss mir dann auch was zu lösen. Ready, so. Ready, ready. Ready. Das scheint immer so was. Oh, Hexe. Oh, wie das super. Oh Gott. Was war ich denn da? Na, was bist du denn? Wie, wer bist du denn? Ja, hallo? Ja, was bist du? Ja, was bist du? Ja, was bist du? Oh, wie cool. Oh, ja. Warte. Komm ich da rein? Bitte, 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 bitte. Okay. Komm, nein. Ja. Jemand ist im Kürbis. Jemand ist im großen Kürbis. Jemand ist ein großer Kürbis? Jemand ist im großen Kürbis, glaube ich. Irgendjemand ist hier. Hier ist was. Ein großer Kürbis. Das ist meine Mutter in Ruhe. Die hat dir nichts getan. Jemand ist gerade jemand noch rumgelaufen. Ich hab's doch gesagt, hier ist was. Ja, dann finde ich noch... Bin schon über alle Kürbisse drüber. Könnte man auch leicht missverstehen. Soweit du nicht über alle Steinies drüber bist? Das ist passiert. Ich hab das perfekt versteckt. Ich hab's doch mal meine Familienruhe. Ich durfte eine ganze Zeit die Arme Kürbisse schlachten, ey. Mein Onkel Jeffrey hat hier nichts getan. Armer Kürbis. Das war dicht. Da ist noch jemand. Na dann, alles zu legen. Nee, nee, nee. Nee, schon weggerollt. Ich bleib da. Bin ich bescheuert? Ja. Bin ich du? Ich bin so gut versteckt, ich kann mich nicht mal mehr bewegen. Ich würde schon so leidig in der Tür. Moment. Moment. Das war nicht freundlich. Da war ich da hinten. Wie kann das denn? Randalierung bringt immer was. Das war aber nicht ich. Nein, das war ich. Das hätt ich jetzt auch gesagt. Da rollen wir Kürbis. Gib Gas. Da rollen wir Kürbis fallen. Windmundi. Los. Nein, ich und Kailan bleiben bis zum mittleren Ende. Ich hab keine andere Wahl. Ich kann mich nicht bewegen. Wieso nicht? Ich bin festgekeilt. Oh Gott. Ich auch. Ich seh grad, dass ich mich auch nicht mehr wegbekomme. Das sieht cool aus. Unter Umständen, wenn ich mich in irgendwas anderes da verwandle, aber so komm ich aktuell nicht weg. Nein, ich auch nicht. Da hab ich echt Karte. Ja. Ich glaub ich komm nicht mal in was ran, wo ich mich rein verwandeln könnte. Not as own space. Ich kann mich in diese Gegenstände nicht verwandeln, weil ich festklebbe. Das ist schön. Ich geh noch Platz. Zwei Schornsteine hier. Nein. Zwei Schornsteine. Das ist einer, der so angekippt ist und über die Dächer versucht hat zu fliegen. Und jetzt verwandelt er sich einem Buch. Oh Steini. Ich hab einen Schornstein nicht aufgerichtet gekriegt, weil ich natürlich alle zwei noch. Ja, die sehe ich schon weiß. Also ganz ehrlich, du bist wohl kein Schornsteinflieger. Warst du noch nie einen fliegenden Schornstein gesehen? Haha, dich dann nehmen wir doch vorbei. Irgendwann war ich grad in meiner Nähe. Ja. Irgendwann war ich grad in meiner Nähe. Ja, natürlich. Ich schätze mal, sie ist irgendwo auf dem Dach. Wo ist die Leiter? Ich baue eine Leiter. Ja, wir brauchen eine Leiter. Vielleicht bin ich die Leiter. Naja. Nein, wir sind nur eine Feuer. Auf dem Dach würde ich mich nicht nennen. Sie ist eine Leiter und sie steckt fest, weil die Leiter auf ist. Haha. Ja, hier schlägt's doch auf. Was macht so ein Riesenkäse auf dem Dach? Tja, der reift da besser. Machst du schon wieder Randale hier unter mir? Der ist immer sehr, sehr dicht dran, aber er trifft einfach nicht. Tolle Info, ey. Das trifft ja auf keinen zu, so. Ja, das ist ein Problem, das ist mein Lieber. Als hättest du ja auch nicht den Namen. Ja, ich hab keine Ahnung, wer hier direkt an mir dran steht. Dann gehst du hier als Blatt oder was? Wer steht denn hier in so einer Sackgasse gerade von euch? Ja, ich. Ja, dann bist du ganz nah an mich und ich guck dir zu. Du hast diese Bühne hier vergessen, die hier gerade in der Asphalt halten. Ihr habt da übrigens noch jemanden übersehen in der Ecke. Noch jemanden? Ja, ich bin auch da. Ich würde mich ja zeigen, aber ich kann es leider nicht. Ich stecke komplett fest. Ich mach mal kurz Geräusche. Schnell, schnell, Panik, Panik. Wo bist du denn da? Über euch, ich hänge zwischen den Dächern. Genau da. Oh mein Gott. Ich bin da so doof. Aber ich hab... Ich hab mir uns beide ganz blöderweise in die gleiche Ecke verpisst. Ja, ohne dass wir es wussten, ne? Ja. Ich hab's ja nicht gesehen. Die Gegenstände sind schon komisch. Aber die Birne ist dann diese Lücke groß und ich kam da nicht mehr weg. Und ich komm hier und nix anderes verwandelt. Wie es immer ist nicht. Und ich bin auch... Ich bin gern dafür, wenn man sehen würde, wo die anderen sind. Naja, das wär aber dann, wenn du dich selber verwandeln, wenn du selber in die Richtung gehst. Ja, aber... Du musst den Garten wieder umbauen. Wenn man die in einen anderen Modus spielt, guckt man dann aber nur noch zu. Bei Hide and Seek. Ja, das ist ja aber gar nicht so schlimm eigentlich. Können wir eigentlich für nächste Aufnahme auch gerne umgehen. Können wir mal machen. Du könnt's ja auch einfach mal ausprobieren in der nächsten Folge. Ach, man kann's ja auch aus dem Abwechslung machen. Oh Gott. Ja. Wie abwechslend jetzt? Ja, bei einer Session dann... Das ist ein geiles Versteck... Oder ein geiler Gegenstand. Auf dem Dach ist ne Lampe. Ja, auf dem Dach ist ne Lampe. Auf dem Dach ist ne Lampe und jetzt ist er wieder weg. Dann halt so. Nein! Loin! Am Anfang... Was ist denn da der Kugel? Nein, ich wollte eigentlich daran vorbeinen, seid ihr schon rausgekommen, ihr Scheine. Kommt jetzt gleich, wie der Randale teert? Ich komme! Ich komme! Komm, meine Session, wird fertig! Ich guck erstmal schön auf die Bäume, nicht dass da wieder ein Käse wächst. Du hast doch niemals zweimal neben das Versteck. Doch. Aus dem Prinzip, dass es geil ist. Mein Wunderschilder Garten, der gerade auch... Wir haben hier jetzt ne andere Pflanze, ne ganz besondere Pflanze. Warum muss immer jemand hier sein? Ich schmeiß mal Bücher vom Dach, ja? Genau. Oh, wie ein Schwach. Hier ist auch keiner. Aber aus dem Weg... Nein! Nein! Ah! Warum hast du dich bewegt? Weil du mich sonst trotzdem gehauen hast, so wie du da durchkrandelierst. Das hier war ne Axt. Das hier war ne Axt. Die Axt im Haus erspart ein Zimmermann. Wo ist der? Nein! Wo ist die Axt? Da ist niemand. Dem nicht Axt. Dachs fliegen sehen. Äxte fliegen nicht. Doch. Boah, wenn sich hier einer versteckt, den findet man ja nie. Bei mir in der Straße, da leben... Ist die ein freier Wille eigentlich. Wo? Wo? Mann, wo ist denn der? Find nicht mehr raus aus dem Labyrinth hier. Hier, bei mir ist Ausgang. Ah, super. Ich hab ein Rad gefunden. Wo ist das Rad? Ich hab ein Rad gefunden. Es rollt da vorne. Ich hab Käse, 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 Käse. Jetzt kommt doch dich zu, Freunde. Ich verfreut dich schon die ganze Zeit. Oder ein? Nein! Da, immer an dem was. Ah! Das ist so viel. Da! Niemand riegt da oben. Es ist relativ mit dem Rad. Es ist relativ mit dem Rad. Auf dem Rad. Wo ist das Rad? Relativ mit dem Rad. Ich schmeiß euch mal nen Huhn gleich rein. Hier kommt der Huhn. Panik! Ich dreh ja wohl am Rad. Nein! Ja! Das Rad war ein bisschen auffällig auf der Leiter. Ganz ehrlich, ja? Wirklich? So, das war's mit der Runde dann wieder. Schon? Ja. Boah, sind wir schnell. So, vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Ciao! 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 Vielen Dank.